Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Skyblog. Was wir heute machen werden, ist ein paar Punkte abhaken auf unserer Liste. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Wir nehmen jetzt einfach mal die Wolle und ich glaube, meine Maus ist gerade angekommen. Cool. Wir müssen Bilder craften. Bilder. 20 Bilder. Ja, ich weiß gar nicht. Alter, da kriege ich ein Bild raus, ne? Och Gottchen. Das heißt, 86, äh, nochmal. Ich hoffe, da geht gerade jemand an die Tür. Ne, das sind Gemälde. Scheiße. Seht das auch als Bilder? Achso, ja, ist richtig. Ahem, Bilderrahmen war das, was ich gerade vermutet habe. Ja, meine Maus ist angekommen. Ja, ich höre es. Moment, Lieben. Jo, meine Maus ist angekommen. Nice. Ähm, wir brauchen noch mehr Bilder. Nanananana. Scheiß, die Wand. Aber wie viele Bilder müssen wir denn machen, Alter? Ich nehme jetzt einfach mal die gelbe Wolle. Wolle, nehmen wir die grüne Wolle. Ach, komm. Nehmen wir die weiße Wolle. So. Machen wir den Part noch mit dieser Maus hier zu Ende. Ich brauche noch mehr Sticks. Alter, Vater. Oh, Mann. Ähm. Hier haben wir Akazienholz. Davon haben wir so verdammt viel. Zack. So. Jetzt habe ich auch genug Sticks. Wir brauchen noch elf. Elf, 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 elf. Perfekt. Perfekt. So. Den Punkt haben wir auch abgehakt. Ich muss mal eben... Wir müssen nämlich noch Pilzsuppen craften. Ich weiß halt nicht, wie weit wir hier den Pilzen sind. Wir haben echt wenig Pilze, ne? Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass das schneller wächst. Sag ich mal. Und einen gigantischen roten Pilz müssen wir machen. Ich weiß nur nicht, wie zur Hölle ich den machen muss. Ich habe echt keine Ahnung. Muss ich das hier oben mal... Ich reiß das hier oben mal eben ab. Können wir uns da nachher wieder ranklatschen. Machen wir mal was hier. Das dürfte ja eigentlich so ausreichen, oder? Dann von der Fläche her. Ich weiß ja, wie gesagt... Nicht, wie viel Platz ich nach oben hin brauche. Für so einen gigantischen roten Pilz. Aber irgendwie müssen wir den ja so machen können. Ich denke, jetzt brauchen wir halt noch Knochenmehl. Und nicht der schöne Pool. So, ich nehme mal Knochenmehl mit. Und ich weiß halt auch nicht, wie ich schwarze Wolle machen soll. Weil dafür brauchen wir eigentlich... Tinte. Und die kriegen wir nur noch von Tintenfischen. Aber bei uns hier spawnen ja keine Tintenfische, oder? Ich glaube nämlich nicht, eigentlich. Und wie mache ich graue Wolle? Ich habe halt so wenig Ahnung von solchen Sachen, wie man sowas craftet. Musst du bei den Bildern jetzt gerade schon nachgucken. Das werde ich halt gleich auch machen müssen wieder. Wir haben keinen Platz mehr, Alter. Wir brauchen mehr Kisten. Wir brauchen definitiv mehr Kisten. Zack, 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 zack. Wow. Alter, Vater. Wir haben viel zu viel. Wir haben viel zu viel. Nochmal hier hin. Ganze Pfeile rein. Klatschen. So, dann verarbeiten wir das hier alles halt mit Knochenmehl. Oh, Zucker haben wir auch noch. Federn. Redstone. Wir brauchen... Nee, nee. Brauchen wir nicht. Macht man da mit... Macht man vielleicht mit Cheese-Pulver irgendwie rote Wolle oder... äh, graue Wolle oder so. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich habe davon keine Ahnung, Leute. Es tut mir leid. Ich muss definitiv gleich nachgucken. Ähm... So, machen wir mal den gigantischen roten Pilz hier hin. Können wir nicht. Wir müssen den... Wir können den nur hier fläten. Ja. Ups. Knochenmehl machen. Haha. Ich weiß es halt nicht... Wie macht man den? Muss ich da... Vielleicht mehr rote Pilze hinklatschen auf einmal so? Wo haben wir denn unsere ganzen roten Pilze? Wahrscheinlich unten, ne? Wahrscheinlich unten. Ja, hier sind noch ein paar... Wir haben ja noch vier Stück. Wir haben... Nicht genug, um Pilze umzumachen. Fährt mir gerade so auf. Hm. Machen wir das mal irgendwie so vielleicht? Keine Ahnung. Ich weiß es halt echt nicht. So. Hier noch vielleicht ein bisschen... Ne, es hilft nicht. Können wir den überhaupt noch machen, Leute? Kann man den... Ich hab echt... Wie gesagt, davon hab ich echt null Ahnung. Muss ich sonst auch noch mal nachgucken. Hm, zack, zack, zack. Hoffen wir alles nicht mehr. Genau, ich wollte gucken, ob wir aus... Ich glaub halt nicht, dass wir hier daraus graue Wolle machen, ne? Ich weiß auch nicht, wie ich pinke und orangene und hellgraue und kalkfarbene Wolle bekomme. Hm. Wir müssen noch Steinknöpfe machen. Gut, wir haben ja noch ein bisschen Stein hier drüben, ne? Genau. Hier drinnen. Ja, genau. Steinknöpfe müssen wir... Zehn machen. Zehn. Gut. Zehn... Steinknöpfe. Steinplatten haben wir schon gemacht. Ähm. So, jetzt haben wir jetzt mal Bilder. Ich kann jetzt mal ein paar Bilder aufhängen. Ne, hier ist doof. Moment. Ne. Hier können wir ein Bild aufhängen. Ja, passt. Ist okay so. Würde ich sagen, hängen wir noch... Bei uns zu Hause auf jeden Fall ein Bild auf. Holzdruckplatten haben wir, glaub ich, auch schon alle fertig gemacht. Bin ich der Meinung. So, hier wollte ich auf jeden Fall noch ein Bild hinhängen, ne? Ja, ne. Wenn, dann will ich... Ich will so ein riesiges machen. Geht das von hier unten aus? So ein komplett großes. Warte. Dieses mega große, wisst ihr? Ja, so eins eigentlich nicht. Aber dann mach ich hier halt noch ein zwei... Felder großes hin. Ne, das ist doof. Gibt's nicht ein cooleres? Nein, das ist doof. Gibt's kein weiteres? Ach komm, nehmen wir halt den. Ist okay. Ja, es passt. Wohl, dann mach ich hier nochmal. Ja, ist okay. Das ist super. So, dann haben wir da ein paar Bilder. Dann würde ich sagen, klatschen wir hier nochmal ein Bild dran. Hier würde ich auch nochmal... Ah, perfekt. Hier dann den roten, bitte. Ich will hier den roten Pfeiler haben. Da! Auf diese Bilder hab ich eigentlich gewartet. Aber okay. Kann ich jetzt mal den... Danke. Und hier auch nochmal den roten Banner, bitte. Nein, da war er! Scheiße, da war er! Da war er! Danke. Super. Gut, Leute. Dann muss ich mal kurz nachgucken. Äh, wir können auch mal Pilzsuppe machen. Nein, dafür brauchen wir Schüsseln. Dafür brauchen wir Holz. Mann, no! Dafür müssen wir nämlich, glaube ich, auch 10 Stück machen. Und sonst können wir nochmal schnell... Und hierhin begeben. Denn wir müssen noch, äh, ein paar Goldnuggets farmen. Um Gold zu machen. Und im Nether ist das ja mit dem Shader nicht aushaltbar, wenn hier nichts ist. Wow, sorry. So. Ich hab doch... Ich hab keine Pfeile dabei. Verdammt. Okay. Er kommt her, er kommt her, er kommt her. Schön mitkommen. Schön mitkommen. Ich würde euch hier hinten... auf der freien Fläche schnetzeln. Damit ich nicht runterfallen kann. Und ich die Goldnuggets bekomme. Nice. Nice. Goldschwert sogar. Cool. Okay. Wir haben schon mal zwei Goldnuggets. Ich glaub... Ich glaub... Ich weiß nicht, wie... Wie ich da einen goldenen Dings bekomme. Hi. Ja. Hopp, 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 hopp. Oh Gott, das sind ein paar viele. Ich will sie halt eigentlich nicht runterschopsen, aber... Irgendwie. So, zack, zack. Nein, hab ich den Goldnugget noch bekommen? Ich hab vier. Ne, wir brauchen neun, um Goldbarren zu machen, glaube ich. Oh meine Güte. Oh Gott, der hat sich geportet. Oh Gott. Okay. Nein. Okay, okay. Nein. Nein. Ich sollte hier, glaube ich, echt warten. Bis ich hier weiter schnetze. Weil es hier... Ja. Zu... Frei ist, sag ich mal. Zu freie... Äh, zu... Zu... Kleine Fläche. Ich will den Goldnugget. Gib mir den Goldnugget. Danke. Die sind ziemlich stark, ne? Die machen ziemlich Damage. Glaube ich. Kommt mir jedenfalls so vor. Na gut, ich hab keine Rüstung. Natürlich machen die Damage. Dann, zack, zack. Nice. Okay. Auf dem Weg sind keine mehr, okay. Vielleicht sind auf dem Rückweg noch welche. Ich muss hier auf jeden Fall auf dem Weg nochmal neu bauen. Hier sind sogar zwei. Okay. Den hab ich runtergekickt. Scheiße. Das ist Garst. Dein Ernst? Hallo, Garsti. Was geht bei dir? Treff ich? Nein, ich treff nicht. Natürlich nicht. Scheiße. Okay. Dich treff ich an. Ja, ich hab einfach alle runtergekickt. Außer einen. Wow. Bei dem hab ich nicht mal die Goldnuggets bekommen. Scheiße. Okay, der ist aggressiv auf mich. Mini! Dein Ernst? Ich hab kein... Nein. Scheiße. Die Wandern. Oh, ja, 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 ja. Überlebt. Überlebt. Hab ich nicht einen Goldschwet gedroppt bekommen? Nee. So aussieht nicht. Hi, der ist nicht aggressiv auf mich. Danke. Kannst du mal mitkommen, bitte? Dieser Garst stört auch so ein bisschen. Ich hoffe... Da ist einer ges... Da sind zwei... Da sind ein paar mehr gespawnt. Habe ich runtergekickt? Ja, habe ich alle runtergekickt. Wow. Ja. Komm her. Du komischer... Typ. Oh, Mann. Das mit den Goldnuggets wird... Äh... Schwer. Ich glaube, das mache ich offscreen. Ich glaube, die farm ich offscreen, ja. Definitiv. Werde ich nämlich gleich die Pause kurz machen. Bisschen farm. Dann gleich hier nach dem... Äh... Und ja, nachgucken, wie ich die ganzen Wolle-Arten mache. Und... Ey. Ja, gucken wir mal. Schalter müssen wir noch machen. Genau, Schalter. Schalter? Irgendwo Schalter. Irgendwo steht Schalter. Ich glaube, wir müssen noch... Zehn Schalter machen halt. Zack. Eins, zwei, drei. Machen wir mal elf. Dann würde ich eine gerade Anzahl an Sticks ab. So. Ja, das packen wir alles hier mit rein. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Ähm... Ja, ich weiß jetzt, wie man jedenfalls orangene Wolle macht. Das ist nämlich auch ein Punkt. Ne. Äh, zack. Zack. So bekommt man orangene Farbstoffe. Und damit können wir jetzt... Das färben. Dann brauchen wir aber noch... Ähm... Haben wir das dabei? Ja, haben wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Steindruckplatten. Hätten wir das nämlich auch erledigt. Äh, das Problem ist halt. Wir bekommen kein Schwarz. Weil wir keine Tintenfische haben. Wir bekommen außerdem... Äh, ich hab ein bisschen Knochenmeer gemacht, damit ich hier ein bisschen was pflanzen kann. Damit wir mehr rote Blumen bekommen. Ähm, wir können außerdem auch keine graue oder hellgraue Wolle machen. Weil wir halt, ja, auch kein Schwarz und, äh, ja, kein Schwarz bekommen. Weil wir auch keine weißen Blumen haben, so. Keine weißen Blumen und kein Schwarz. Können nämlich hellgraue Wolle und graue Wolle nur herstellen mit Schwarz. Weil wir dadurch nur den grauen Farbstoff bekommen, so. Ja. Ist halt kacke. Kann man nicht ändern. Ich brauch die Slabs noch, ne? Ich muss das da oben ja fertig bauen gleich. Ähm. Außerdem können wir auch keine... Ich weiß nicht, was kalkfarbene Wolle ist. Ohne Scheiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab da... Ich hab jetzt gegoogelt nach den ganzen Wollfarben und so. Und die ganzen Farben allgemein. Und ich weiß nicht, wie ich Wolle hierher bekomme. Oder wie ich diese Wolle bekomme. Ich hab echt null Ahnung. Und ich... Genauso wie bei Pink. Ich weiß nicht, wie ich Pink bekommen soll. Das heißt... Wolle können wir auch nicht wertig machen. Genauso wie die... Ähm... Und dann sind wir soweit, glaube ich, wirklich komplett fertig. Mit Skyblock. Dann haben wir alles gemacht, was wir machen konnten. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Fisch. Würde ich nämlich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich Fisch geangelt hab. Und den ganzen Golden Nuggets gefarmt habe. Bis gleich. Jo Leute. Der letzte Part von dem Part. Also... Ihr wisst, was ich mein. Ähm... Ja, da ist der Aufnahmefehler wieder aufgetreten. Und ihr könnt jetzt mal selber sehen, wie sich das anhört. Meine Stimme ist halt in manchen Parts einfach verschnellert. Das merkte ich, glaube, ab... In der Hölle, circa. Ja, ab da passiert das und... Ja, ich hab das jetzt so gelassen, weil ich nichts davon rausschneiden wollte. Ja, viel Spaß. So Leute. Jetzt geht's los. Wir haben ein paar Pilze. Äh, ich brauch Holz. Erstmal wollte ich die paar Pilzsuppen machen, denn davon brauchen wir, glaube ich... Ja, zehn Stück brauchen wir. Genau. Nehmen wir mal das Holz. Daraus kann ich jetzt so Schüsseln machen, ne? Genau. Das reicht schon. Und wenn ich jetzt so... Habe ich vier. Gut, dass ich da hinten schon den einen roten Pilz gepflanzt habe. Ähm, ich hab das erst da drin versucht. Mit dem roten Pilz. Äh, denn irgendwie stand da ja so, so, so großer Raum brauchste. In der Oberwelt, um Pilzdings zu machen. Hat aber nicht so funktioniert. Da drin ist wieder ein Pilz gewachsen, das ist super. Yeah. Ähm... Dann hatte ich das nochmal dort versucht. Hat aber auch nicht so hingehauen, weswegen ich das jetzt nochmal reparieren muss. Zack, 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 zack. Oh, Mann. Ähm. Ja, dann habe ich, äh, restlichen Goldnuggets gefarmt. Ich glaube sogar ein bisschen zu viel. Und ich habe ein Goldbarren sogar bekommen. Das ist ziemlich cool. Das heißt, ich musste nochmal weniger farmen, als ich eigentlich wusste. Dann hier, die zehn Fische müssen wir jetzt kochen. Dann können wir jetzt hier die restlichen Goldbarren machen. Das heißt, wir haben davon fünf. Ähm, genau. Knochenmehl hatte ich auch noch. Weil ich das ja ewig versucht habe mit dem ganzen Farm da, mit dem ganzen, mit dem Pilz. So, die Wolle habe ich abgehakt. Genau. Äh, warum ich jetzt Netherrack im Dings habe. Das hat einen einfachen Grund. Ich schmeiße den mal weg. Ich habe mir den vorhin herbeigecheatet einmal. Ähm, da im Internet irgendwas mit Netherrack. Auf Netherrack pflanzen ist sinnvoller oder so. Äh, stand. Und deswegen dachte ich mir, so hole ich mir schnell Netherrack. Jetzt haben wir da aber ein Erde unter. So. Sind die immer noch aggro auf mich? Ich glaube, die haben immer noch aggro auf mich. Ja. So. Okay. So, das gleiche habe ich jetzt hier. Ich habe hier also einen kleinen Raum gebaut, sage ich mal. Denn der Pilz muss ein weiter unten in der Erde stehen. Wegen dem Stamm irgendwie. Und, ja, habe ich da Erde und da drumherum so einen kleinen Kasten gebaut. So. Und, ja. Jetzt. Einfach. Fertig. Und jetzt müssen wir mit der Axt einmal. Apo. Ah. Und, ja, wenn wir Glück haben, kriegen wir Pilze raus. Und das werde ich einfach so lange machen, dass ich genug Pilze habe. Wir brauchen nämlich noch ein paar Pilze. So, jetzt kann ich. Genau. Wir haben locker. Jetzt haben wir. Ja, wir haben schon Pilze. Das heißt, einmal den ganzen Stamm hier oder den ganzen Pilz hier wegklatschen. Zack. So. Können wir jetzt nochmal genug Pilzsuppen machen. Haben wir das auch erledigt. An Pilzsuppen. Und. Pilz pflanzen. Der sieht jetzt anders aus als der. Der war hinten, oder? Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Aber der ist ein tiefer, ne? Genau. Okay. Ich will die Wände symmetrisch haben. Zack, zack. Zack, zack. Genau. So. Gleich hoch sind sie auch, oder? Nee. Zwei, drei. Zwei. Ich brauche noch. Ich muss noch einen Pilz machen. Tut mir leid, Leute. Ich brauche diese. Ich brauche diese Symmetrie. Zack. Zack. So, dann hätten wir das nämlich jetzt auch erledigt. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, sind wir hoffen, dass wir bald mal genug Glowstone bekommen. Ich glaube, der ist jetzt ein zu niedrig, ne? Ist das denn ernst? Ein zu hoch, meine ich. Mann. Ich will doch nur Symmetrie. Also, ich muss unten einen Platz durchgucken müssen, können. Mann. Es ist nicht cool. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Geh weg. Ja. So super. So super. Geh weg. Zack. Okay, wir haben das geschafft. Dann hauen wir jetzt mal schnell ab. So. Ja. Dann müssen wir nur noch hoffen, dass wir irgendwie die Glowstone bekommen. Beziehungsweise, das ist ja nicht mal mehr... Das ist ja nicht mal ein Dings. Das muss ja nicht mal getan werden. Das muss ja nicht mal gemacht werden. Wir haben... MicroSky Block durch. Bis halt... Wir müssen halt... Müssten halt eigentlich noch... Die... Ja, Donkey? Hast du es, ne? Fällt dir ein? Ne, fällt es mir nicht. Ähm. Scheiß die Wand an, Alter. Die Wolle craften. Allerdings, wie gesagt, können wir das ja nicht tun. Das heißt... Ja, das werden wir nicht machen, Leute. Ich kann die Wolle nicht machen, wenn ich... Keine Farbe dafür habe. Geht halt nicht, ne? Geht halt nicht. So. Oh, ist das dein Ernst? Ne, komm. Der darf da jetzt leben. Der darf da jetzt leben. Ähm. Ja. Da würde ich sogar sagen... Ich klatsche hier nochmal schnell... Meine restlichen Sachen rein. Komm, die Schüssel lassen wir da drin. Goldnuggets kommen hier rein. Gold kommt hier rein. Die weiße Wolle kommt hier noch mit rein. Ach, Gunpowder schmeiß ich weg. Das schmeiß ich weg. Das schmeiß ich weg. Das kommt da rein. Das kommt auch weg. Achso. Stimmt. Ich habe... Ja, auf Steuerung meine Playerlist. Das kommt hier rein. Das kommt hier... Das kommt hier rein. Wir haben unseren Fisch. Yeah. Gut, Leute. Dann würde ich sagen... Ich glaube, das ist jetzt sogar der 30. Bart, ne? Ich glaube, wir haben mit 30 Parts jetzt... Ähm... Skyblock durchgespielt, sag ich mal. Und ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Mir auf jeden Fall. Und ich muss mir jetzt ein neues Projekt überlegen. Verdammt. Vielleicht gibt es noch zwischendurch... Also, vielleicht gibt es noch ein paar weitere Folgen. Minecraft Skyblock. Aber... Dann... Ja, nur noch irgendwie... Glowstone halt fertig machen. Wir haben jetzt die Liste komplett abgehakt. Glowstone fertig machen. Und den Nether-Bake fertig bauen. Und... Ja. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein. No. Ok.